Wer ist auf Bundestag? Nicht nur die Redezeit der einzigen konservativen Opposition hier im Haus, sie entwerten auch die Stimme von Millionen Wählern, deren Anliegen und Interessen hier systematisch klein gehalten und an den Rand gedrängt werden sollen. Und ich weiß nicht, woher Sie das Recht ableiten, dass Sie als die fünf stärkste Fraktionen genauso viel Recht beanspruchen wie die FDP als viertstärkste Fraktion, was die Redezeit betrifft. Ich weiß gar nicht, woher Sie dieses Recht ableiten, aber wir haben es ja bisher immer wieder erlebt, dass Sie die Realität verdrängen, dass Sie ein Kasperle-Theater machen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, das können Sie gleich in den ersten Debatten hier zur Kenntnis nehmen. Die demokratischen Parteien dieses Hauses werden es auch in der Zukunft nicht zulassen, dass Sie hier ein Kasperle-Theater veranstalten. Das werden wir vier Jahre lang verhindern. Wir wollen für die Menschen die Politik in diesem Land machen. Alle demokratischen Parteien. Wer sagt Kasperle-Theater? Das werden wir umsetzen. Besonders beachtlich bei den kleinen Ampellichtern FDP und Grünen ist ja auch, dass Sie in der vergangenen Legislaturperiode in unzähligen Reden Krokodilstränen vergossen haben, weil es bei der politischen und parlamentarischen Arbeit nicht immer darum geht, Minderheiten zu berücksichtigen. Naja, jetzt lehnen Sie konsequent jeden kleinen Wunsch, es geht um acht Personen, acht Personen, jeden kleinen Wunsch der Minderheit ab. Naja, ich will jetzt nicht wieder von Arroganz der Macht sprechen, wahrscheinlich ändern Sie auch noch eine Sitzordnung in diesem Bundestag, weil es eben nicht passt, wo Sie sitzen. Das sind die wahren Probleme dieses Landes, wirklich. Nur 21 von 52 Wochen, das sind... Das wird man richtig böse, wenn man den Film sieht, ne? ...40% sind als Sitzungswochen vorgesehen. Vorgesehen sind lediglich drei Sitzungswochen bis Ende Februar, in zwei Monaten drei Sitzungswochen. Wir haben opulente Karnevalspausen wieder vorgesehen, als Reminiscenz an die untergegangene Bonner Republik, oder die gewechselte Bonner Republik. Zwei Monate Sommerpause wollen Sie machen, einen Monat Winterpause. Wir von der AfD beißen auf Granit, auch nur eine einzige Sitzungswoche mehr durchzusetzen, meine Damen und Herren. Wir sagen, arbeiten für Deutschland, nicht faulenzen für Deutschland. Deshalb folgen Sie uns, seien Sie mit uns einer Meinung. Wir brauchen mehr Sitzungswochen in Berlin. Ich möchte folgende Anmerkung machen, Sie haben gewisse Widersprüche. Also wenn ich hier die Rednerinnen und Redner der Ampel mir so anhöre, ja, also das ist ja hier so eine Start-up-Truppe irgendwie, will ich dazu folgende Anmerkung machen. Wenn Sie wirklich sagen, wenn Sie wirklich sagen, es ist alles egal, ob 31, der Tag eh nur zweimal ist, nicht besonders so gut, fällt Ihnen doch wohl auch kein Zacken aus der Krone, wenn Sie einfach acht mehr einsetzen. Das ist der absolute Widerspruch, was Sie jetzt sehen. Das ist wirklich klein kariert, sonders gleich. Das ist auf Deutsch, ich... Du dumm, ich dumm, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich möchte folgende Anmerkung machen. Also erstens, liebe designierte Ampelkumpels, ich will ja schon nochmal eine Anmerkung machen. Liebe designierte Ampelkumpels. Ich bin schon sehr überrascht darüber, dass Sie so sicher sind... Oh, da haben Sie die Zwischenrufe einfach so. ...dass hier an Nikolaus oder was weiß ich, wenn das stattfinden soll, hier ein neuer Bundeskanzler von Ihnen gewählt werden sollte. Also da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe jetzt ja mitbekommen in der Presse, dass zum Beispiel Bündnis 90 die Grünen gerade aufgefallen ist, dass sie überhaupt noch gar nichts Vernünftiges durchgesetzt haben. Zurückrufabgehörig. Also nicht, sondern das hat die FDP diktiert, deswegen ist das doch gar nicht sicher, dass sie das... Ja, ist ja einfach die Sachlage. Also deswegen können wir... Ja, gut, egal, das ist geil. ...wir gar nicht sicher sein. Wir haben eine Situation, in der bei weitem nicht genügend Menschen in diesem Land geimpft sind. In der Tat. Wir haben einen Gesundheitsminister, der noch amtiert, der immer gesagt hat, alle haben ein Angebot bekommen. Aber wo war denn eigentlich das Gespräch mit denen, die dieses Angebot nicht wahrgenommen haben? Das müssen wir jetzt nachholen, das müssen wir jetzt nacharbeiten, bis zum Thema dritte Impfung. Sie können sich hier nicht rausstehen aus der Verantwortung, Herr Brinkhaus. Das ist schäbig und das ist verantwortungslos. Brinkhaus, oh! Und Herr Brinkhaus, am 22.10. hat die Ministerpräsidentin-Präsidentin-Konferenz den Deutschen Bundestag aufgerufen und gebeten, ein Gesetz vorzulegen. Genau das machen wir jetzt. Die... Nein? Ich frage mich auch immer... Ah, okay, ich verstehe. Die Ministerpräsidentin-Konferenz... Ich frage mich manchmal... Manchmal verstehe ich das auch gar nicht. Man ruft man irgendwas und man verrafft das gar nicht. Ist das dann nicht mega peinlich? Sie sagt doch vorne irgendwas und man hört im Hintergrund irgendwas... Aber da reagiert jemand drauf, das wäre mir echt peinlich, Digga. Sie haben gesagt, Sie brauchen einen Rahmen und diesen Rahmen legen wir jetzt hier vor und wir diskutieren ihn. Das machen wir nämlich auch anders als in der Vergangenheit. Wir sagen... Aber warum hat er seine Maske abgenommen? Das finde ich nicht gut. Diese Diskussion gehört hierher und ins Parlament. Und das ist nicht in Stein gemeißelt. Da muss man nicht einfach dann hier... Da fühle ich trotzdem nicht. ... noch die Hand heben, sondern das ist das, was wir gemeinsam hier... Guck mal, die Grünen tragen an der Maske. Und bei der CDU ist mal wieder besonders. ... diskutieren und besprechen. Ich bin sehr gespannt, wie es bei der AfD aussieht, ja. ... mit Expertinnen und Experten in der Anhörung, mit den Leuten in der Praxis, die Erfahrungen haben. Ich muss Ihnen schon sagen, und das sage ich auch sehr deutlich, ich weiß manchmal nicht, was zwischen Berlin und München auf der A9 stattfindet. Ich bin Markus Söder dankbar, dass er bis zum 26.09. sich täglich geäußert hat. Das hat uns geholfen. Das hat diese neue Konstellation mit möglich gemacht. Aber ganz offen gesprochen, das, was Markus Söder seit dem 26.09. macht, das ist kein verantwortbares Handeln eines Ministerpräsidenten. Derzeit gilt die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Sie gilt noch. Er könnte handeln, er tut es nicht. Er redet viel, aber macht vor Ort nichts. Nicht mal 2G in seinem eigenen Kabinett. Vielen Dank. Wir haben jetzt schon Regionen in Deutschland mit einer Inzidenz von über 1000. Äh, wer regiert eigentlich? Man fragt mich auch eigentlich. ... weiter steigend. Die Intensivbetten sind belegt. Ja, in verschiedensten Regionen in Deutschland, auch in Bayern, auch in Sachsen, und auch in anderen Ländern wird genau das anstehen. Und beim besten Willen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe diese hämischen Zwischenrufe an dieser Stelle überhaupt nicht. Es geht um Infizierte, es geht um kranke Menschen, es geht um Belastung der Krankenhäuser, es geht um eine Situation, die sich weiter verschärft. Und da diese dümmlichen Zwischenrufe können Sie sich beim besten Willen sparen. Das zeigt, dass Sie vieles sind, aber nicht regierungsfähig, meine Damen und Herren. Äh, Ihr Ministerpräsidenten macht PR-Termin in Flugzeugen, statt die Menschen zu beschützen. Geschämt ist das. Okay. Warum sind denn von den... Es ist traurig, wie weh ich von der CDU da. Also wenn man dann mal auf die Ampel guckt, da sind gefühlt die meisten da. Ihr schäbigen Bemerkungen. Äh, Luczak, ähm, vielen Dank, zunächst einmal. Hat ja einer von der AfD gerufen. Der Hof, nein! Sie haben recht, 2G wäre das, was jetzt notwendig wäre. Aber ich möchte Sie fragen, also die jetzige Rechtslage gilt ja noch. Die epidemische Lage gilt ja noch. Das heißt, bundesweit wäre 2G durch die noch amtierende Regierung einführbar gewesen. Und demnächst, wenn also die noch... Es ist durch jedes Bundesland einführbar. Das heißt, 2G ist jetzt einführbar deutschlandweit. Und es ist demnächst einführbar für jedes Bundesland. Ich tingle nicht durch die Talkshow, sondern werde eingeladen. Und ich... Ich werde... Also bei der Abgeordneten der CDU, CSU, Beifall der... Norbert Kleinwächter, diga. Hören Sie endlich mal auf... Hören Sie, hören Sie endlich mal damit auf. Das wäre richtig. Ich empfehle, ich empfehle dort, ich empfehle, ich empfehle dort, ich empfehle dort, ich empfehle dort Flächendecke. Wir hoffen, muss ja wiederholen, dass es etwas empfiehlt. Ich habe mich nicht ganz verstanden. Die 2G-Regelung, die wir auch kontrollieren müssten. Meine Frage ist jetzt die folgende. Wieso erwecken Sie hier den falschen Eindruck, als wenn wir 2G nicht bundesweit und in den einzelnen Ländern längst machen können? Also wieso erwecken Sie diesen falschen Eindruck? Ich glaube, die nehmen... Ach Junge! Die nehmen, ihn ist glaube ich ein neuer Abgeordneter. Ich habe sie noch nicht gesehen, glaube ich. Oh Junge, das war... Anstrengender. Lieber Herr Kollege Lauterbach, also zunächst einmal ist mir der Unterschied zwischen durch die Talkshows tingeln und dort eingeladen werden nicht sehr geläufig. Ich glaube, es kommt im Ergebnis auf das Gleiche raus. Sie haben mit Ihrer Frage ja eigentlich genau das deutlich gemacht. Sie haben doch gerade genau gesagt, in der Tat können wir bundeseinheitlich das festlegen. Nach dem, was Sie uns jetzt hier mit diesem Gesetzentwurf vorlegen, wird es eben nicht mehr möglich sein, das bundeseinheitlich festzumachen, sondern jedes Land muss es selber machen. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass es grundfalsch ist, wenn man jetzt hingeht und einen Beitrag dazu leistet, dass das Kalkül von Lukaschenko aufgeht. Und das tut derjenige, der sagt, diejenigen, die dort im Grenzgebiet sind, sollen jetzt in Europa verteilt werden. Damit geht das Kalkül von Lukaschenko auf. Damit wird der Druck auf die polnische Grenze verstärkt. Und damit wird ein Spaltpilz in die Europäische Union getrieben. Das ist das Dümmste, was man an dieser Stelle fordern kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Armin Laschet, lol. Laschet, Digga, so ein Opfer. Vorschlag, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Entweder Sie stellen eine Zwischenfrage oder Sie halten Ihren Mund. Aber so geht es nicht. Es ist absolut unparlamentarisch, wie Sie sich verhalten. In Nordrhein-Westfalen hat die erfolgreiche Koalition von CDU und NRW den Spurwechsel möglich gemacht, damit gut integrierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht abgeschoben werden. Und Herr Brinkhaus, vielleicht hören Sie mir zu. Herr Brinkhaus, vielleicht hören Sie mir zu. Handwerk und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen danken uns. Was ich fühle, ich habe gerade überlegt, es wäre doch mega geil, stell ich mir vor, dass jemand so hier mit Handstellen und Piratenhuts sich da vorne hinstellt. Also so wie jetzt mein Outfit sich ans Trainerpult stellt und irgendwas erzählt. Also wie ein ganz normaler Abgeordneter, aber halt so, ne. Ich hätte auch überlegt, das ist halt Verspottung des Hohen Hauses oder so ein Zeug, ne. Aber ich glaube, im Europaparlament dürfte ich das. Im Europaparlament gilt, soweit ich weiß, keine spezielle Hausordnung. Äh, Hauskleidungsordnung, Digga. Ordnungsteam, das war das Ding, was ich suchte. Also im Bundestag schon, aber im Europaparlament dürfte ich das, glaube ich. Dass Sie die Wahl verloren haben, das hat auch was damit zu tun, dass Ihre Innenpolitiker in dieser Fraktion fachlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Also helfen wir Polen bei der effektiven Sicherung der gemeinsamen Außengrenze. So geht Steuern und Begrenzen. Aber Herr Habeck will stattdessen die Leute reinholen und so die illegale Migration weiter anheizen. Er findet halt Vaterlandsliebe zum Kotzen, wusste noch nie mit Deutschland was anzufangen. So ein Minister wäre eine Schande für Deutschland, meine Damen und Herren. Wenn man die jetzt kontrolliert reinholt, dann verhindert das illegale Migration. Wenn man die da stehen lässt und die durch die Grenze kommen, dann ist das illegale Migration. Aber wenn man das kontrolliert macht, dann nicht. Wir haben das geschafft, während sich vor unseren Augen ein zweites 2015 abspielt, die Urkatastrophe... Dreitausend Leute. Wovon schon wieder tausend weg sind. Zweitausend Leute. Das war die Fresse. ...des 21. Jahrhunderts wiederholt sich. Wir sagen, das darf nicht sein. Bewahren wir das Recht. Bewahren wir Deutschland, meine Damen und Herren. Denen fallen die Haare schon verschreckt aus, weiß ich nicht mehr. Ja. Wie niemand klatscht. Du hast in real life getroffen, ich hätte ihn angespuckt, Digga. Achso, Habeck. Stimmt. Das hast du ja mal erzählt. Frau Präsidentin, liebe Frau Lindholz, auch Sie haben gerade wieder diese Formulierung benutzt. Der hybriden Kriegsführung. Ich bin heute Nacht dort aus dem Grenzgebiet zurückgekommen. Und ich habe gesehen, wer dort an der Grenze steht. Das sind keine Waffen. Das sind Menschen. Das sind Menschen, die teilweise sechsmal zurückgebracht worden sind. Zurück in die Arme von Lukaschenko. In die Arme der brutalen Einheiten, die dort an der Grenze stehen. Darum geht es. Das sind Menschen, die sich in den letzten Wochen teilweise von Blättern ernährt haben, weil es nichts zu essen gab. Die Wasser aus Pfützen trinken müssen. Und das, was dort, ja, und Sie toben jetzt, wissen Sie, worum es geht? Es geht nicht. Weil Sie nicht in Polen als Nudelwürttel antragen wollen. Halt deine dämliche Fresse. Es geht um nichts anderes als um die Menschenrechte, um die universellen Menschenrechte. Oh, wie böse, wie böse sie war. Ey, 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 ey. Man hört, man hört, man hört, man hört richtig, wie böse sie ist. Es geht um nichts anderes als um die Menschenrechte, um die universellen Menschenrechte. Und ja, Sie können mich jetzt hier anschreien. Aber ich sage Ihnen eins, diese Rechte, die würde ich auch für Sie verteidigen, wenn Sie angegriffen würden. Das ist der Sinn und das ist der Zweck von universellen Grundrechten. Und um nichts anderes geht es, als um diese Gültigkeit. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Und auch für die Gültigkeit der Menschenrechte in unserer Europäischen Union. Und vielen Dank. Yeah, es wird geklatscht. Kollegin Lindholz, möchten Sie antworten? Bitte schön. Ja, reinkommen. Ja, das ist Lindholz. Ich bin gespannt. Ja, sehr geehrter Kollege. Warte mal, ich gleich. Ja, doch mal jetzt. Ich bin gespannt, was Lindholz antwortet. Yeah, Lindholz. Ja, Lindholz. Ich kenne das schon, ich kenne das schon, Katendo. Ich kenne das schon. Die Fotos hast du mir schon gescheit. Ich kenne das verstehen, denn es geht natürlich um Menschen. Tatsache ist aber, dass Lukaschenko hier mit seinem Regime nichts anderes macht, als Menschen, als Waffen zu besitzen und damit eine hybride Kriegsführung betreibt. Und das ist nichts anderes. Und ich kann es nicht gutheißen, dass Menschen sich mit Visa, die sie offensichtlich erhalten, auf Wegen, die sie eigentlich gar nicht nehmen dürften oder könnten, unkontrolliert Richtung Belarus begeben und dann weiter an die polnische Grenze. Weil es sind genau die Menschenrechte, für die wir uns hier auch einsetzen müssen, indem wir nämlich dafür Sorge tragen, dass Menschen nicht als Waffen benutzt werden. Und das ist einfach der Punkt. Wenn ich für Menschenrechte bin und dann aber akzeptiere, dass mit dem Leid der Menschen hier ein ganz mieses Spiel getrieben wird, das hat für mich auch mit der Wahrnehmung von Menschenrechten nichts zu tun. Ich würde jetzt gerne das Mikro furzen, aber ich habe Angst, dass da mitkommt. Und mir ist vollkommen klar, dass es eine schwierige Abwägung ist. Aber wenn wir hier nicht entschieden und klar auch vorgehen und Grenzen setzen, und da ist die Europäische Union viel zu spät unterwegs, dann werden wir das immer und immer wieder erleben. Und am Ende sind es die Menschen, um die es hier geht und um niemanden anderen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Linksfraktion? Aus der Linksfraktion? Ja, gerne. Es sind nicht mehr so viele, deshalb muss man so weit nach links gucken. Ah! Warum kommt der Storch? Ja, um Erpressung! Lieber Kollege Wittaker, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie werden sich wundern, was wir mit unserer kleinen Fraktion alles hier auf die Beine stellen werden. Kann ich Ihnen versichern. Oh, das klang so traurig. Das klang so traurig, weil es da hinten so... Das klang so traurig. Komm, komm, wir hören uns ganz recht. Sie werden sich wundern, was wir mit unserer kleinen Fraktion alles hier auf die Beine stellen werden. Kann ich Ihnen versichern. Deswegen ist die Debatte ernst und das Thema auch wichtig. Ja, keiner soll frieren in Deutschland. Das stimmt. Aber die Situation hätte wirklich eine pragmatische Lösung verdient. Und die haben Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von den Linken, wieder nicht geliefert. Bei Ihnen steht immer die Ideologie vor allem. Deswegen habe ich, nachdem ich Ihren Antrag gelesen habe, kam ich zu dem Fazit, ja, Sie sind kleiner geworden, aber nicht klüger. Und nur, um das mal an wirklich einem, einem ganz banalen Punkt an Ihrem Antrag klar zu machen. SARS und AIDS sind gut. Das würde ich ganz genau so befürworten. ... den Heizkostenzuschuss noch vor Weihnachten. So als, als Weihnachtsgeschenk praktisch, als Weihnachtsgeld. Es ist aber schlicht der falsche Zeitpunkt. Die Nebenkosten abrichte... Ja, weil es dann kalt wird, das habe ich... Das habe ich verstanden. Boah, Kai Witter, der ist ja so smart. ... kommt im Frühjahr 2022. Dann kommen die hohen Nachzahlungen. Dann brauchen die Menschen das Geld. Und dann müssen wir hoffen, dass von Ihrem Weihnachtsgeschenk noch irgendwas da ist. Das ist mal ganz lustig, wenn die AfD anfängt, über soziale Gerechtigkeit zu sprechen und dann mal zwei, drei Sachen raushaut. Und dann könnte man für einen kurzen Moment fast vergessen, dass Sie im Wahlkampf wieder ein sehr unklares Verhältnis zum Thema Mindestlohn und seiner Erhöhung beispielsweise hatten. Oder dass Ihr noch Parteivorsitzender, Herr Meuthen, sich ja bei der Rente, Sie sprachen eben von Rentnerinnen und Rentnern, komplett hin entwickeln möchte zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Er möchte die gesetzliche Rente in Deutschland pulverisieren. Dann reden wir nicht mehr über das Problem mit dem Heizen, sondern darüber, dass da gar kein Geld mehr außer Sozialleistung übrig bleibt. Das ist das, was Ihre Partei sich unter sozialer Gerechtigkeit vorstellt. Dass Sie sich nicht schämen, sich hier vorne hinzustellen und sich da als Schutzpatrone aufzuspielen. Nun ja. Ich höre das gleiche, diese Rente, also ich hätte gerade... Ich liebe es! Liebe Union, den Punkt, den Oliver Krischer gerade machte, zu sagen, dass das das Feld ist, das Sie in den letzten Jahren nicht bestellt haben, das ist das Versagen einer Wirtschaftspolitik, von der Sie keine Ahnung mehr haben. Sie sind doch überhaupt nicht mehr auf dem Weg, Sie sind gar nicht mehr in der Lage zu sagen, wohin eine Wirtschaft in eine klimaneutrale Zukunft läuft. Sie wissen doch überhaupt nicht, was Sie machen wollen. Da ist doch so eine Oppositionsauszeit doch mal eine ganz gute Ansage. Da haben Sie vielleicht mal die Chance, darüber nachzudenken, wie moderne Politik eigentlich funktionieren kann. Sie haben 4000 Kilometer zu wenig Anleitungen gebaut. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass die Rahmen bei den Netzen so schnell gehen können, dass wir den günstigen Strom auch von A nach B kriegen. Sie haben im Wirtschaftsministerium nichts getan, um wirklich nach vorne zu kommen. Und das ist doch das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum erkennt man eigentlich immer direkt, wenn Leute von der AfD sind, ohne raufzugucken? Das sieht man einfach, wie die aussehen, weil ich meine. ...klimakatastrophe zu tun. Nämlich mit einer Klimakatastrophe der Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren. In den Gesellschaften, in den Medien kommen nur Klimahysteriker zu Wort. Das Diskussionsklima ist vergiftet. Und wenn ich Sie schon wieder höre, wie Sie hier reinrufen, dann ist das genau das beste Beispiel, dass man sich nicht vernünftig über die Dinge... Also ich glaube, das ist so ein Typ, der richtig schnell zuschlägt. Ich glaube, der sieht für mich so aus, als würde, wenn man sich mit denen anlegt, der da fliegt schnell in der Faust. ...äußern kann, sondern gleich in einen Schreimodus verfällt. Und das bringt uns nicht weiter, meine Damen und Herren. Und wenn... ...wetische Werbung ist einfach furchtbar, wirklich. ... Frau Thunberg sagt, wir müssen in Panik verfallen. Oder wenn ein Herr Obama sich da hinstellt, wir müssten weiterhin wütend sein. Denn dann ist das genau der Mechanismus, die Leute aufzustacheln, in Panik zu verfallen und jenseits eines vernünftigen Diskurses zu kommen, meine Damen und Herren. Aber auch hier, die Ampelparteien halten weiterhin an der Schuldenbremse fest. Sie verweigern eine Steuerreform, die endlich Multimillionäre, Milliardäre zur Kasse wisset. SPD und Grüne, Sie hatten sich doch noch im Wahlkampf versprochen, dass eine Vermögensteuer kommen soll. Davon ist plötzlich gar keine Rede mehr. Und was das konkret bedeutet, das sehen wir in vielen Ländern und Kommunen, wo einfach das Geld fehlt. Gehen Sie mal nach Wolfen in Sachsen-Anhalt. Gehen Sie mal nach Hagen in NRW. Schauen Sie sich da mal um. Und das sind nur Beispiele. An vielen Stellen in unserem Land verfallen die Schulen, die Jugendclubs, die Straßen. Damit muss doch endlich Schluss sein. Oh, mega lulli, Jugendclubs, Digga. Und es braucht auch mehr Geld, um Deutschland endlich auf Extremwetterereignisse vorzubereiten, die nur mal einfach zu erwarten sind, wenn man realistisch ist. Sie haben es doch jüngst gesehen, wenn wir das kreieren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Kommen wir zum Schluss, Frau Präsidentin. In NRW. Lassen Sie sich von der FDP noch nicht einreden, dass solche Katastrophen sich bei einer noch smarteren App aufhalten lassen. Hier braucht man Investitionen in die Feuerwehr, in den Katastrophenschutz. Und das flächendeckend. Das muss geschehen. Ich danke Ihnen. Ja, schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass es auch für mich wieder losgeht. Und ja, Vorfreude. Gut. Und wenn wir da heute nicht mehr stehen, dann hat das damit zu tun, dass CDU und CSU in den 16 Jahren der Regierung Merkel... Wie kann man irgendwie so nicht böse böse sein, holy shit? ...sich darin gefallen haben, deutsch... So beherrscht, wütend. ...in zwei Zukunftsindustrien, in der Windenergie und in der Photovoltaik zu deindustrialisieren, was uns zehntausende von Arbeitsplätzen gepostet hat in diesem Lande. Okay, das ist jetzt richtig böse. Und wir wollen, dass das anders wird. Wir wollen, dass wir wieder Vorreiter werden. Wir wollen, dass die Blockaden für den Ausbau der Erneuerbaren behoben werden. Wir wollen das international machen. Wir wollen unsere G7-Präsidentschaft dafür nutzen, dass die Investitionen in den Industrieländern, in erneuerbare Kapazitäten verdoppelt werden. Dafür muss aber die 10H-Regel... Ich bin erstmal gespannt, wie sie sich gegen die chinesische Dumping durchsetzen wollen, Herr Timmy. Ja, Kyle Winters ist mal wieder extrem smart. ...muss der bürokratische Schikane, die gegen die erneuerbaren Energien aufgebaut worden ist, beseitigt werden. Erneuerbare Energien sind im öffentlichen Interesse dieses Landes, weil der Klimaschutz im öffentlichen Interesse dieses Landes ist. Und da darf ich jetzt mal einen Tipp geben als neue Opposition, die sich in die Rolle noch finden muss. Man sollte zu den aktuellen Stunden Themen wählen, wo man selber gut ist, wo man selber eine tolle Bilanz hat, wo man selber auch Ideen und Konzepte hat, um sozusagen... Das ist halt echt true, Digger. Heiterkeit beim Bündnis Neulich, die Grünen. Sie sind da doof und sagen Sie es ruhig. Hat einer gesagt, der Klimaschutz. Also, ehrlich gesagt, als Premiere für eine Aktuelle Stunde als Opposition, der mir vieles eingefallen hat als Union, aber das nicht. Wer hat denn hier auf der Bremse gestanden? Herr Lindner interessiert dieses Thema nicht. Herr Scholz, ich bin ja froh, dass er heute Morgen überhaupt mal im Plenum gesichtet worden ist, ist beim Thema verschollen. Und Frau Baerbock beißt sich auf die Lippen und schweigt. Kein Wunder, denn was bisher zum Thema Klima nach außen gedrungen ist, klingt wenig entschlossen. Liebe Grüne, wo ist euer Durchsetzungsvermögen? Jetzt habt ihr euer bestes Wahlergebnis in eurer Geschichte eingefahren. Und alles, was euch einfällt, ist, einen Brief an NGOs und Umweltorganisationen zu schreiben, damit die euch beim Verhandeln gegenüber der SPD und der FDP helfen. Also, du liebe Güte, wie schnell kann man eigentlich als Tiger starten und als Kätzchen landen? Ihr seid doch nicht mehr in der Opposition, wenn diese Koalitionsverhandlungen erfolgreich sind. Herr Kollege. Hat er irgendwo leider schon recht?